Hallo zusammen, ich bin die Dani und heute gibt es ein Arvon Beauty Haul. Ich habe ein paar Produkte bei Arvon mir bestellt und ja, wenn ihr Lust darauf habt, mal zu schauen, was ich da bestellt habe, dann bleibt dran. Ich habe bei Arvon eingekauft und zwar habe ich bei mir selbst bestellt. Ich bin ja selbst Arvon Beraterin und ich habe auch eine Website arvonberaterin.de, einen Shop quasi. Da kann man die Produkte auch bestellen, wenn ihr also irgendetwas findet, was euch gefällt, dann guckt einfach auf arvonberaterin.de. Ich werde euch alles unten verlinken, die Seite und dann könnt ihr ja mal schauen. Und zwar sind es Produkte, die neu sind aus der aktuellen Kampagne für den September. Wenn ihr den Katalog noch nicht zu Hause habt, dann schreibt mich an, dann schicke ich euch den Oktoberkatalog zu, weil der ist ja fast nicht mehr aktuell. Wir haben ja schon Ende September und von daher wäre es nicht sinnvoll, den alten Katalog zu schicken, sondern ihr bekommt dann einen neuen Katalog. Und zwar legen wir los mit neuen Produkten, die in diese Kampagne online gekommen sind. Und zwar geht es um Duschgele. Und zwar wurden jetzt diese drei Duschgele von Arvon herausgebracht aus der Arvon Sens Reihe. Und zwar ist das einmal Coconut Milk and Raspberry. Ein Duschgele. Da sind, also es ist schon eine große Flasche, da sind 400ml drin. Und das riecht nach Beeren. Ja, also es riecht hauptsächlich nach Beeren und da ist auch ein leichter Hauch von Kokosnuss drin. Und dann habe ich hier noch Buttermilch und Kakao. Das riecht, ja, da riecht man den Kakao sehr gut raus. Also es ist jetzt nicht so stark. Wenn ihr keinen Kakao oder Schokoladenduft in Duschgel mögt, seid ihr trotzdem damit gut bedient, weil es halt nicht so stark riecht nach Kakao, sondern wirklich sehr, sehr dezent. Und dann haben wir hier noch Oatmilch and Cornflowers. Was heißt da Oatmilch? Oatmilch? Oh, ich muss mal in Google. Auf Deutsch. Da haben wir schon. Was heißt es dann? Hafermilch. Hafermilch und Kornblume. Genau. Ach, ein Duschgel. Riecht der, ja, auch sehr dezent. Also es ist nicht zu stark parfümiert. Ich rieche noch, ich rieche das jetzt nicht so gut heraus, weil ich rieche noch, als ob ich aus dem Kosmetikstudio kommen würde. Ich habe nämlich gerade schon ein Video aufgedreht für eine Firma, die halt speziell auch Kosmetikprodukte verkauft. Zwar nicht nur für Kosmetikstudios, aber schon einige und ich rieche jetzt voll danach und ich kann die einzelnen Difte nicht so gut herausriechen in meiner Wolke. Dann habe ich von Clear Skin bei Arbon. Ja, das ist eine Maske und zwar ist das eine Tuchmaske. Die legt man sich aufs Gesicht drauf und dann fängt sie an zu schäumen und dann kann man die Maske abnehmen und das Ganze abwaschen. Das ist speziell gedacht für, ja, zur Vorbeugung, gegen Mitesser, ja, oder halt um Mitesser zu behandeln und das werde ich auch ausprobieren. Da bin ich auch sehr gespannt, obwohl ich nicht so viele Mitesser habe, aber habe ich Mitesser? Ich glaube nicht. Die hätte ich damals gebraucht, heute nicht mehr, Gott sei Dank. Trotzdem bin ich gespannt, wie sie sich auf der Haut anfühlt und wie die Anwendung überhaupt ist. Weiter geht's mit Arbon Anew, aus der Anew Reihe. Und zwar ist das ein Anti-Aging Sonnenschutz-Gesichts-Spray und das habe ich schon so ein bisschen vernachlässigt. Ja, man sollte Sonnenschutz auftragen, tatsächlich, zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit, Sonnenschutz auftragen, damit man der Hautalterung vorbeugt. Und ich finde, das ist eine gute Lösung, dieses Gesichts-Spray. Es ist eine Lotion und dann sprüht man sich das aufs ganze Gesicht und es lässt sich dadurch sehr gut verteilen. Und man hat nicht dieses Sonnencreme-Gefühl auf dem Gesicht, was ich nicht so gerne mag. Das ist mit Lichtschussfaktor 15 und da sind 100ml drin. Genau, und das finde ich mega. Also man kann sich quasi, man kann die Gesichtspflege auftragen, ganz normal. Und dann geht man einfach da mit rüber, sozusagen zum Schutz nochmal zusätzlich. Und man ist dann gegen die Sonnenstrahlung geschützt und die Haut altert nicht so schnell. Welche Reihe ich wirklich sehr, sehr gut finde, das ist die Skin So Soft Reihe. Und die ist auch wirklich sehr, sehr beliebt, muss man sagen, bei den Kundinnen. Und das hier ist zum Beispiel ein Airbrush Spray. Also das ist ein Spray, was man sich dann auf den Körper sprüht. Man kann es auch ins Gesicht sprühen. Es ist ein Schimmerspray mit leichtem Selbstbräuner für mittlere Hauttöne. Ja, also wie der Name schon sagt, Airbrush Spray. Ja, es gibt eine gesunde, leichte, sonnengeküsste Farbe, sozusagen. Und davon habe ich auch, ich glaube, zwei im Backup. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, zudem die dann auch zusätzlich sehr pflegend sind. Und diese Öle, das ist zum Beispiel auch ein Pflegeöl und zwar mit Jojoba. Und was ich erfahren habe, ist, das ist auch sehr, sehr gut gegen Mücken, also Vorbeugen gegen Mückenstiche. Das heißt, das hält die kleinen Viecher fern. Und ja, also das nutze ich auch immer wieder gerne. Und davon habe ich auch ein paar im Backup. Ich glaube, auch zwei Stück. Dann habe ich mir diese Ampullen gekauft. Und zwar sind das sieben Ampullen in einer Packung. Das sind so Ampullen, die man halt oben aufbrechen muss. Und dann trägt man sich das Serum auf das Gesicht auf. Und das Slogan heißt, kompensiere den Kollagenverlust von sieben Jahren in sieben Tagen. Und ja, also es soll wirklich sehr beeindruckend sein, das Ergebnis. Ich habe es jetzt selber noch nicht getestet. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also viele, also ich habe da Vorher-Nachher-Bilder gesehen und die sind wirklich sehr beeindruckend. Vorher-Nachher-Bilder von Kundinnen, ja, also von echten Anwenderinnen. Und man sieht deutlich einen Unterschied. Ampullen heißen übrigens, das habe ich noch gar nicht genannt, aus der A-New-Reihe Skin Reset Plumping Shots. Dann habe ich mir ein Set gekauft. Und zwar mag ich die Planet Spar-Reihe von Arbon. Und ich finde, die kann man tatsächlich so ein bisschen vergleichen mit den Produkten von Rituals. Weil sie erstens die gleiche Pflege bieten. Also die haben diese gleiche Konsistenz, diese gleiche Pflegewirkung. Und auch die Düfte sind sehr, sehr schön. Also die Planet Spar-Reihe hat da verschiedene Serien. Und ich habe mir jetzt die Blissful Nourishing Serie gegönnt. Und das hier ist zum Beispiel ein Hand- und Fuß Peeling. Ja, dann habe ich hier noch eine Hand- und Fuß Maske. Dazu noch eine Feuchtigkeitsspende Hand-Pflege. Nicht Hand-Pflege, sondern Hand-Seife. Und ich schnuppere mal eben nochmal dran. Ah, ja, das riecht so gut. Das ist mit Shea-Butter übrigens, mit afrikanischer Shea-Butter. Und das riecht man da draus. Und dann habe ich hier noch diesen kleinen Pott von, ich sag schnell, Hand-Ellenbogen und Fußcreme. Dann habe ich hier noch eine Body Lotion gekauft. Die gab es schon in der letzten Kampagne, da ist die rausgekommen. Und zwar ist das ein Vanilla Golden Escape Shimmering Body Lotion. Also das ist eine Body Lotion, die so ein bisschen schimmert und sieht natürlich auf gebräunter Haut ganz, ganz toll aus. Aber ich denke auch so auf, für diese Jahreszeit jetzt, zaubert sie ein ganz schönes Finish. Und das ist, glaube ich, mit, ist das nicht mit Zucker? Also Schimmer-Lotion für den Körper. Du bekommst dann einen schimmernden Glow-Pflege mit Shea-Butter, Vitamin C und E und spendet der Haut lang anhaltende Feuchtigkeit. Ich glaube, das ist irgendwie mit Zuckerperlen, Zucker, irgendeine Zuckerkomponente, die das Ganze dann, die die Haut dann zum Schimmern bringt. So, ein ganz neues Produkt, und zwar dekorative Kosmetik. Und zwar habe ich mir ein Make-up gekauft. Ein Make-up Serum nennt sich das. Da muss man eben die Seite aufschlagen, um nichts Falsches zu sagen und euch die besten Informationen darüber zu geben. Da, genau. Das ist hier auf dieser Seite. Und dieses Serum habe ich mir dann auch gegönnt. Das ist eine Serum-Foundation mit Lichtschutzfaktor 30. Und dieses Serum soll bis zu 72 Stunden langanhaltende Feuchtigkeit geben. Ja, so sieht die Tube aus. Für gesünder, strahlender und glatter wirkender Haut. Und was ich immer sehr gut fände bei Arbon ist, dass sie daran denken, Lichtschutzfaktor mit reinzubringen. Also in den meisten Pflegeprodukten für das Gesicht speziell oder auch in, sag schnell, in dekorativer Kosmetik ist immer ein Lichtschutzfaktor mit dabei. Ja, also leichte bis mittlere Deckkraft setzt sich nicht in die Linien und Poren ab. Man bekommt ein strahlendes Finish und ein luftdurchlässiges Gefühl. Also dieses massengehafte Gefühl soll es nicht geben, wenn man jetzt, wenn ihr das vielleicht kennt, ja, wenn man Make-up drauf hat, sein Gesicht bewegt, dass man das Make-up dann auf der Haut spürt. Das soll hier so nicht sein. Und es ist Schweiß- und Feuchtigkeit beständig. Da gibt es drei, sechs, neun, zwölf verschiedene Farben. Und da bin ich auch sehr, sehr neugierig drauf und werde euch natürlich Bericht erstatten. Es ist aber, wie gesagt, es ist ein Serum. Es ist jetzt kein starkes, starkdeckendes Make-up, auch nicht mittlerdeckendes Make-up. Ich würde sagen, eher vergleichbar mit einer getönten Tagescreme mit doppeltintensiver Feuchtigkeit. Ja, und ja, mal schauen. Also ich habe die Farbe Ivory mir ausgesucht. Was auch noch neu ist in dieser Kampagne und das habe ich als allererstes in mein Warenkörbchen gelegt. Und zwar ist es die Precious Earth Reihe. Das ist eine LE, ja, eine Limited Edition. Und zwar ist es eine LE, die den Erdtönen angeglichen ist. Also es sind viele Erdtöne dabei. Dazu gehört Puder, dazu gehört Nagellacke, dann Lippenstifte und auch Lidschatten in Stiftform. So, ich zeige euch erstmal die Nagellacke. Die kommen in so einer Verpackung. Und ich packe die mal alle aus, dann kann ich die Farben euch mal zeigen. Und Braun ist dabei, oh, wunderschön. Und ja, der Vorteil von diesem Nagellack ist, dass die in 60 Sekunden trocknen. Also die sind wirklich sehr, sehr schnell trocknen. 60 Sekunden halt, ne? So, das sind die einzelnen Farben. Da sind auch, da ist ein Weiß dabei. Ja, also hier haben wir diese Töne. Ja, Weiß. Und dann hier so ein natürlicher Nutton. Dann hier ein, ja, ein Glitzer ist das, glaube ich, ne? Ein Amber-Ton, der in der Mitte. Dann habe ich hier noch diesen herbstlichen Rotton, ein Braun und ein Grün. Die Nagellacke von Abern sind übrigens sehr gut. Also ich finde, dass sie schon nach einem Pinselstrich schon recht gut deckend sind. So, kommen wir zu den Lippenstiften. Da habe ich mir drei Farben geholt. Ich füge mal eben raus. Und zwar kommen die in so einer Verpackung. Und ich habe hier die Farben, mal gucken, welche habe ich mir denn ausgesucht? Rose Wood, also Rosenholz. Dann Desert Rose. Und dann habe ich hier Red Brick. Ja, also das sind die verschiedenen Farben. Die kommen dann halt so in Stiftform. Und ich muss mal gucken, es gibt insgesamt... Wie viele Farben gibt es? Vier Farben. Genau, diese Banner habe ich mir nicht geholt, weil da so ein leichter Orangeton drin ist. Und das mag ich jetzt persönlich nicht so bei mir. Aber die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier noch Puder. Und zwar sind das Bronzing Puder. Die gibt es in zwei verschiedenen Farben. Einmal Warm Glow und einmal Golden Bronze. Das eine ist ein Aschiger Ton. Und das andere ist ein doch eher warmer Ton. Ja, also ich denke mal, dass der so ein bisschen goldig... einen Orangeton drin hat. Kann ich mir gut vorstellen. Und das hier ist dieser Aschige Ton. Das sind also zwei Farbtöne mit Matt oder mit Schimmer. Ich denke mal, dieses Warm Glow... So wie der Name schon sagt, ist dann halt dieses schimmernde. Und das hier ist dann dieser golden bronze. Das ist dann halt dieser matte Ton. Da sehe ich auch keinen Schimmer drin. So, das war es mit meinem kleinen, aber feinen Aber-Beauty-Roll. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.